Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Okay, Jungs, was macht ihr so? Okay, jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeit hier nochmal zwei Sachen anzunehmen. Ich denke, wir gehen erstmal jetzt zu Tom, Tim. Hier der Vorarbeiter. Der ist ja noch ein bisschen skeptisch, also der erscheint sich die Story nicht so ganz abzukaufen, aber ja, noch duldet er uns. Wir haben ja auch gut geholfen bisher. Ja. Hey, Milton, kann ich mir eine Hand mit dieser Fence? Sure. Know viel über Fence-Bilding? Nicht wirklich. Kann man eine Fence, kann man eine Kaube, nicht verwendet werden, aber man hat eine Gang von robben, Single-Handed. Ich glaube, wir haben alle unsere peculiaritäten, Mr. Dickens. Was warst du vor, bevor du hierher kam? Ich habe dir gesagt, meine Frau wurde verabschiedet, wir waren in eine Legal-Dispute. Es war eine schlechte Zeit. Wunderschöne, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, eine Worte. Ich bin aufgeregt, um einen Mann zu seine Worte, und auch, um zu glauben, dass es ein Land frei ist. So frei, dass ich nicht sagen kann, was ich sagen kann, was ich denke. Also, ich glaube, es geht nicht viel, was du glauben. Aber ich werde hart arbeiten, und ich werde schnell lernen. Okay. Okay. Fangen wir mal oben an. Mhm. Sehr schön. Geht ja dann doch ganz gut. Okay. Okay. Go to the next Post and pound that in. I hope you've grasped the basics. I got other matters to attend to, but there's more than a day's work here for you. Alright. So long. I'll be counting sections when you're done. Okay. Jim Millen, over here! Ja, ja. Ich hab grad noch was zu tun. Oh. Warte mal. Wir haben noch keine Lassung. Schön, dich zu treffen. Jetzt versuchen wir diesen großen Hunk von Chuck. Komm schon! Geh! Hm... Ich hab ihn! Jetzt haben wir Lasson. Just keep on, Milton. And try and calm him down. You alright, Andy? No, you don't! Autsch! Alles klar. Das war nix. Lass das doch bitte mit. Steuerung. Diese Steuerung. Komm! Ich glaub, das wird jetzt keine Goldwertung mehr, weil ich hier viel zu lange für brauche. Jetzt lass doch dieses Lasson mal dran! Gott! Kann dieses Spiel vielleicht mal das machen, was ich möchte? Jetzt. Nichts. Das sind wir uns abgibt, aber ich versuche sie. Einmal hier. Hier hier, hier. Hier hier! Hier hier. Schwer, schwer. Schwer, schwer. Es ist zu sch straßen? Schwer, nee, schwer, garão. Alles gut? Okay. Okay. Now, come on, you hunkin' Chuck. Don't get no ideas. Got him, Mr. Dickens. Oh, good. How you doing, son? A bit sore, but I'll be okay. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, Mr.? Fine. He just got my head. Good. There he is. See you later, Jim Milton. We'll make a rancher of you yet. Hey. I'll get the coffee on. Thank you. I'm headed to work today myself, Jack. Huh? So you stay out of trouble. Where are you working? I told you. I'm cleaning at the doctor's office. Bye. Bye. Give the place a tidy. Okay, Pa. I'll see you later. Alles klar. So. Nächste... Nächste drei Dollar. Genau. Von dem Bullen nicht erwischen lassen. Ach, da wäre ja nicht mal Zeitlimit gewesen. Okay. Ähm... Alles klar. Ja. Dann gucken wir da hinten gleich mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffen, ihr habt Spaß bei der Folge. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.